so sieht es aus und der luka holt ganz schnell 22 21 haben wir doch gestern gemacht ja wir haben 21 gesagt ja und keiner von euch sagt was so die 22 wir dürfen gleich anbauen am schlepper so den knoten kenne ich habe mich immer bei der frau vorher oder jetzt erst so gar nicht war sie gerade erst gemacht jawohl genau gesehen ich habe das genau gesehen dass du es jetzt gerade erst gemacht hat ich hab so hier ist ein einziges teil drin also wird wieder eine kurze folge moment das lass uns einmal gucken wo was abmachen muss doch darfst du ja doch okay pass auf also einmal da den in der mitte sehr gut so dann da über den kreis sehr gut so und jetzt ist eine 9 warte 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 nee du hältst nur hin du hältst hin papa legt an mit dem musst du machen soll ich machen zu klein ich kann dass ich du hast doch den super blick nicht mehr nicht mehr der steht immer nur an tag aktiv wann tag wenn ein tag ist okay so wir brauchen unseren schlepper der muss für morgen und wir brauchen den ach so jetzt lass uns mal gucken wo wo also wie soll man das denn da bitte dran machen keine ahnung weiß ich nicht vor allem wo ah ok also das kommt auf der seite hier um den um den um den um den aber wo die haben das hier auf dem kopf so da ich habe es gefunden ok und das kommt jetzt wie rum ist das jetzt muss das da dann nee das muss erst hier rein und dann kommt das da dran irgendwie frage mich nicht ich habe keine ahnung ja aber äh leute da komme ich ja gar ach das ist doch ein witz was jetzt muss ich den reifen abmontieren um da dran zu kommen was ist das denn für eine bauanleitung wer hat sich die denn ausgedacht also also passt auf ich muss hier dran da ich weiß nicht wie da müssen wir hin um da dran zu kommen muss ich aber jetzt den reifen wieder abmontieren warum muss ich ihn dann vorher bitte dran montieren da kommt man sonst gar nicht dran und vor allem haben wir das ja schon voll drauf gesteckt jetzt also ich da kriege ich ja dämpfe krämpfe genau und ich krieg den so nicht dran lowen das ab Aber Luca, ich glaube das Beste wäre einmal, wenn du dich jetzt einmal hier neben mich stellst. Weil ich brauche gerade beide und das ist ein bisschen eng und dass ich da dran komme, dass ich da auch eng und dann... Das geht überhaupt nicht. So, jetzt sehe ich mal hier die Massen. Ja, alles gut. So. Es tut mir leid, mein Schatz, aber ich komme hier nicht dran. Doch, ich brauche deine Finger. Ich brauche dich. Nö, jetzt habe ich da Lust. Asi, wie soll ich denn festhalten und dann gleichzeitig positionieren? Wir sind da. Andere Seite. Ja. Komm her. Hier, da fest. So festhalten bitte. Wie? Oh. Was hat der denn jetzt? Da. So. Komm her. So. Weil ich muss ja den auch festhalten. Oh. Achtung. So. Jetzt kommst du hier mal hin. Dahin. Arm hoch. Arm bitte hoch. Ochtung. So. Das geht, das weiß doch,입. ja ist ja gut immer aber sehen so da wo das loch ist dann muss man hin ein bisschen drehen nach da so das muss man noch gar nicht ich habe ich habe da ich so und jetzt jetzt kommen dann nochmal so zwei dinge da ist der reifen ab siehst du das macht doch aber auch wieder sinn beide reifen vorher dran zu machen um sie dann wieder um dann ein wieder abzumachen hätte ich den noch vorher ablassen können also das ist aber auch wieder hier wir einfach nur glitz haben Null Aufrufe. Oh nee! Was? Was ist denn jetzt? Ist das Lenkrad weg? Ich will meine Tassenlampe. Ah, ich hab's! Boah! Ich muss doch nie meine Tassenlampe holen. Ja, weil das lag nicht auf dem Boden. Das ist inzwischen hier runtergefallen. Dann hab ich keine Lust mehr. Hast du keine Lust mehr? Nein. Ja, dann musst du dich jetzt fertig machen fürs Bett. Nein. Ich trufe es wirklich nicht mehr. Das meine ich jetzt ernst. Also das Teil hier ist ein Witz. Das hier jetzt dran zu machen, ist echt nicht schön. Okay? du kannst hier ruhig rein kommen Luca so meine lieben einmal noch klippen und dann haben wir es drin jetzt machen wir das Lenkant wieder drauf so jetzt frage ich mich nur ist das so richtig hier mit der Halterung oder kommt da gleich noch was hin naja da ist auf jeden fall nichts das muss nicht nach oben das muss nach unten das kleine Teil hier da alles wieder abmachen wolltest du dich schon mal umziehen nö möchte ich das nicht da ist es hier sei das danach den wolltest du noch was sagen nein den nicht nee für das nee so den haben wir ab jetzt jetzt müssen wir den noch abmachen das ist doch ein blödsinn hier ne also beim besten willen warte ich sag euch das ist Adventskalender echt gerade nen absoluten Schmarrn so jetzt drehen wir das Teil wieder um und dann kommt jetzt hier scheinen wir doch heute was länger zu werden es tut mir leid oh Papa ich seh nicht die Zeit ne 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 so 14 minuten da rein ja das wird noch langs bis 100 minuten 10 und dahin so jetzt weiß ich nur noch nicht wie kriege ich das jetzt hier dran gedrückt Moment weil das soll ja auch halten ne nein so was war das was ist das ne das ist nicht das wenn gerade was ist das ach das ist die armatur die ist abgegangen ohne flax leute ne das ist nicht schön mein schatz könntest du mir mal die Pinzette bitte geben ähm meinst du die nein die Pinzette nein die kleine Silberne da an der anderen Seite wie ja das ok ich hab meine Pinzette Luca hier hier da ist nur rein äh raus hier da ist nur raus hier da ist nur raus mhm 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 boah das Teil riecht mich gerade auf mhm wirklich mhm vor allem weil wir es jetzt auch nicht mehr auseinander kriegen hier natürlich jetzt geht auch noch die Achse vorne ab also ah jetzt hab ich gleich keine Lust mehr jetzt dreh ich gleich durch hier pass auf papa macht das fertig du machst jetzt deine Ansage noch und morgen kriegt ihr das fertige Teil äh hier so zu sehen was haben wir gemacht und dann soll es das aber auch gewesen sein also der Luca sagt euch jetzt noch mal kurz wie es geht 1 2 3 abonniere abonniere tittitotte dass ihr auch da ist nicht los mal verpassen dass ihr weiß ich auch nach da genau so sieht es aus wir verabschieden uns von euch und wünschen euch noch einen schönen Tag besinnliche Feiertage bis dahin euer Kolke und euer Luther tschüss tschüss tschüss